Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Verpassen Sie diese Woche nicht die wöchentlichen Rabattmöglichkeiten des Edeka-Marktes. 500 Gramm Jakobskrönung oder Kaffee-Hak 3,99 Euro, 750 Milliliter Rotkapcha-Sekt oder Fruchtsäckow 2,59 Euro, ein Stück Salatgurken 59 Cent, ein Kilogramm Schweinelachsbraten 5,99 Euro, Weihens-Stefan-Butter oder die Streichzarte 1,49 Euro, 1 Kilogramm Risspenn-Tomaten 1,49 Euro, 5 Verbund-Ranunkeln 2,99 Euro, 400 Gramm Braun- oder Weiß-Champignons 1,59 Euro, 1 Liter flüssiger Universal-Dünger 1,99 Euro, Paprika-Gurken- oder Tomaten-Snack-Gemüse 1,99 Euro, 400 Gramm Bio-Paprika-Mix 1,59 Euro, 500 Gramm Erdbeeren 2,49 Euro, 200 Gramm gut und günstig Kulturheidelbeeren 2,49 Euro, 500 Gramm Tafeltrauben 1,49 Euro, 650 Gramm Tafelapfel 1,00 Euro, 1 Kilogramm Schweinelachsbraten gefüllt 9,99 Euro, 100 Gramm Steak-Hüfte 1,49 Euro, 700 Gramm Schweinennacken-Kotelett 4,99 Euro, 3 Stück rauchenden Knacker 2,98 Euro, 100 Gramm Frischwurstaufschnitt 99 Cent, 100 Gramm Truthahn-Paprika-Wurst 1,99 Euro, 100 Gramm Hinterschinken 1,99 Euro, 100 Gramm Rotbarsch gerauchert 2,99 Euro, 200 Gramm Bio-Lachsfilet 5,99 Euro, 250 Gramm Femmex-Schlemmer-Plattfisch 3,99 Euro, 274 Gramm Garnelempfanne-Knoblauch 5,99 Euro, 475 Gramm Edeka-Rotbarschfilet-Portionen 6,29 Euro, 250 Gramm gut und günstig 4 Fischburger 1,49 Euro, 5,55 oder 185 Gramm Milram-Frühlingsquark 99 Cent, 500 Gramm Rapshonig 3,99 Euro, 25 Gramm Rügenwalder-Mühle-Tee-Wurst 1,99 Euro, 76 Gramm kühne Gewürzgurken 1,59 Euro, 700 Milliliter Springer-Urvater 5,49 Euro, 1 Liter Wein-Stefan-Haltbare-Milch 99 Cent, 150 Gramm Landliebe-Joghurt auf Frucht 79 Cent, 150 Gramm Milram-Schnittkasescheiben oder Reibekase 1,29 Euro, 125 Gramm Reinerd-Barchen-Streich 1,39 Euro, Es warten Chancen auf Edeka. Genussmomente-Produkte, die zu den Rabattprodukten dieser Woche gehören, auf Sie. 250 Gramm Lachsfilets 5,89 Euro, 200 Gramm Lieblingspralinen 3,29 Euro, 100 Gramm Trüffelbutter 2,99 Euro, 500 Gramm Weizenkruste 1,59 Euro, 1 Stück Vollkornbrötchen 35 Cent, 400 Gramm Tomatenpack 1,39 Euro, 250 Gramm Hausmacherwurst 2,22 Euro, 250 Milliliter Delikats-Mayonnaise oder Remoulade 1,49 Euro, Zweierpack Delikatesse-Soßen 79 Cent, Heinz-Ketchup oder Mayonnaise 2,22 Euro. Verpassen Sie nicht die Wochenendrabatte, die zwischen dem 21. und 23. März gültig sind. 120 oder R 150 Gramm Bresso-Frischkase-Zubereitung 9,99 Cent, 57 Milliliter Lillet 9,99 Euro, 400 Gramm Edeka-Hahnchen-Kase-Snacks 2,77 Euro, Dreierpack-Antifett-Topfreiniger 79 Cent, 100 Gramm Hahnchen-Innenfilet 99 Cent, 1 Kilogramm Mandarinen 99 Cent, 100 Gramm Bergkasestange 1,49 Euro, Margerite Bornholm 1,99 Euro, 100 Gramm Skrai 1,99 Euro, 750 Gramm Zwiebelbrot 1,89 Euro, Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.